hallo zusammen zu einer weiteren folge der spielzeugtruhe mit paul ich hoffe euch geht es allen gut und ich habe euch den superbert ja schon vorgestellt aber mir hat das keine ruhe gelassen ich will unbedingt mal wissen was versteckt sich denn in dem superbert drin warum ist er denn so kräftig hat er einfach nur zu viel gegessen oder liegen da noch steine drin oder was versteckt er in seinem bauch das wollen wir heute mal herausfinden wir schneiden den superbert mal auf machen eine kleine operation mit dem natürlich ist er schon betäubt der spürt jetzt nichts mehr und dann wollen wir jetzt mal gucken was in seinem bauch drin ist dafür tue ich die schere mal hier den gürtel entlang schneiden lassen hört sich schon ein bisschen verdächtig an und was sehen wir da versteckt sich überhaupt nichts drin das ist nur reiner schaumstoff an der mitte ist ein bisschen fester machen immer ein bisschen auseinander sieht aus wie ein smiley der reden kann wenn man nur seinen bauch betrachtet wo das könnte auch pac-man sein das weiße könnte sein zahlen sein war 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 ich fress euch aber ich dachte im superbert wäre vielleicht noch irgendeine masse drin aber es ist einfach nur ein softball wie ein softball deshalb ist er auch wieder so stabil gut jetzt wissen wir auch was im superbert drin ist wir haben ihn nicht komplett zerschnitten dass er auch weiter leben kann jetzt müssen wir müssten wir ihn eigentlich noch zunehmen das überlassen wir natürlich dem doktor da bin ich kein fachmann für und sein kopf den will ich nicht aufschneiden das wäre ein bisschen zu brutal wenn ich dem superbert den kopf abschneiden würde das lassen wir lieber und sein bauch ist wieder zu und dann ist ja alles gut der superbert ist einfach nur kräftig und besteht aus schaumstoff und hat innen drin keine flüssigkeit oder kein gel oder so sondern einfach nur eine feste masse die man immer schön zusammendrücken kann und der superbert bläht sich direkt wieder auf und in seiner ursprünglichen form zurückgedrückt jetzt könnt ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben was ihr vom superbert haltet ob der euch gefällt oder ob ihr den eher nicht so cool findet und ansonsten könnt ihr auch gerne eine bewertung da lassen und abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in der nächsten folge der spielzeugtruhe wieder bis dahin euer paul und euer superbert tschüss